Kurz vorweg, das System, in dem wir heute leben, das ist ein Bankensystem. Die Banken regieren, auch unsere Politik. Und wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir das Geldsystem ändern. Die Geldschöpfung heute ist ja durch nichts mehr gedeckt. Und ohne Geld, wissen wir, ist die Existenzgrundlage jedes Menschen gefährdet, eigentlich fast nicht mehr machbar. Und darum müssen wir eine neue Geldschöpfung ins Leben rufen. Das System in Zukunft wird komplett vernetzt sein über Internet. Das kennen wir heute. Das Handy ist genauso eine Vernetzungstechnologie, die wir in diesem System auch integriert haben. Also in dieser Software. Sie werden gleich sehen, wie man sich hier ein Konto eröffnet, und zwar ohne Kosten. Die Euroweg-Leistungsverrechnung mit Gewinnschutz, ist mit Blankokredit und Konkursabsicherung, ersetzt das materielle Tauschgeld durch ein unternehmereigenes Waren- und Leistungskreditgeld. Ähnlich eines elektronischen Wechsels, stets gedeckt durch verrechnete Leistung. Kredit wird ja generell von Unternehmen gegeben als Ware und nicht als Geldkredit. Und mit diesem Warenkredit können wir eine Geldschöpfung dokumentieren. Das Konto eröffnen geht über Start. Hier sehen Sie Registrieren. Ich gehe jetzt auf die Registrierung, klicke ich hier. Hier stehen die Informationen, die Sie benötigen. Diese Informationen sind erforderlich, also Ihre Adresse zum Beispiel und Ihre E-Mail-Adresse. Das Programm ist wie gesagt kostenlos. Sie benötigen für die Euroweg, das Symbol EW, Euro und W. Wir nennen es Euro als Recheneinheit. Also der Euro als Grundeinheit wird weiterverwendet, so dass Sie keine Preislisten neu erfinden müssen. So ein Umstieg von einer materiellen Währung in eine reine virtuelle Währung geht nur, wenn beide Währungen parallel vorwärts, rückwärts getauscht werden können. Die Eurowegs, die erhalten Sie nur durch Verkauf Ihrer Leistung, nicht Ihres Geldes. Wenn Sie jetzt hier mir nachfolgen, dann eröffnen Sie, wie ich jetzt hier das vorzeige, gleich mal ein eigenes Konto. Sie bestätigen hiermit, dass Sie berechtigt sind, sich oder das Unternehmen für Verrechnungsgeschäfte zu registrieren. Ich kann hier eine Firmenname eingeben. Ich habe hier eine Firma. Es sind leider drei Seiten Daten, die Sie hier eingeben müssen. Jetzt sind wir schon bei der Zuordnung Ihrer Firma oder Ihrer Tätigkeit. Wo sind Sie tätig? Sie akzeptieren hier die Geschäftsbedingungen. Die können Sie anklicken und herunterladen. Hinter jedem Konto ist ein eShop, und zwar auch kostenlos. Sie bekommen also nachher einen kostenlosen eShop. Sie müssen jetzt erste Angebote eingeben. Sehen Sie hier. Wir gehen jetzt einfach mal weiter auf die Startseite. Sie bekommen jetzt automatisch ein E-Mail mit Ihren gesamten Daten. Hier oben geht es zum Login. Ich sollte jetzt das Unternehmen noch ein bisschen besser beschreiben. Da unten wäre jetzt das Bild vom Unternehmen. Unten haben wir weitere Möglichkeiten, und dann speichern wir diese Seite nochmals. Sie können jetzt jederzeit, jetzt sehen Sie hier die drei großen Hauptpunkte, das Konto, das Trading, das ist dann der ganze eShop, und Ihr Profil. Diese drei Programmteile, die benutzen Sie ständig. Das Informationssystem, lesen Sie sich dieses durch. Das ist etwas ausführlich. Es lohnt sich in diesem System, das zu lesen, weil das hat nichts mit den normalen Geschäftsbedingungen einer Firma zu tun. So, das ist unter Info zu finden. Im Profil kontrollieren Sie Ihr Logo. Da könnten Sie Ergänzungen angeben, jederzeit. Was jetzt interessant ist, im Moment haben Sie auf Ihrem Verrechnungskonto natürlich 0, ein W vor dem Euro, das heißt Euroweg oder Wegeuros. Hier steht also Kontostand. Einen verfügbaren Betrag werden Sie nachher gleich sehen, den werden wir Ihnen jetzt auf 33.300 Euro Weg freischalten. Der verfügbare Betrag wäre Einkaufsrahmen plus Kontostand im Plus- oder Minus-Kontostand. Hier das Depotkonto, das wäre dann das andere Konto. Sie sehen jetzt hier, Sie bin ich auf dem MobilePay Kassakonto. Das finden Sie aber auch hier bei Konto, Mobil Kassakonto. Hier jetzt ohne W vor dem Euro und die gleiche Nummer. Nur echte Euros, Kassa Null. Hier gibt es nur einen Rahmen, verfügbar, eingegangene Zahlungen und so weiter. Aber hier gibt es keinen Kredit. Also im Handy sind immer Ihre Guthaben, was Sie verdient haben, was Sie eingezahlt haben in Cash. Das ist immer im Plus, es kann nicht ins Minus gehen, das Handy. Sie müssten jetzt in Ihrem eShop ein Angebot hinzufügen. Und jetzt sehen Sie, hier steht schon 50 Prozent, das ist vorgeschlagen. Ich kann aber auch sagen, nein, nein, ich mache 80 Prozent, ich will nur die Mehrwertsteuer in Cash. Oder sagen wir 70 Prozent, ja. 70 Prozent zahlbar in Weg-Euro, das ist die virtuelle Währung. Und 30 Prozent dann in Cash über das Handy bezahlen. Angebot speichern. So, und hier sehen Sie Ihr erstes eigenes Produkt eingegeben. So sieht die Liste aus. Können Sie hier nochmal schauen, stimmt das alles? Zahlbar 70 Prozent in virtueller Währung. Gehen Sie hier mal zurück, dann kommen Sie hier auf die Möglichkeit, das Angebot ändern. So, haben wir ein bisschen geändert, gekürzt, machen wieder Speichern. Jetzt gehen wir mal raus, machen mal Logout. Sie haben ab sofort auf Ihrem Konto 33.000 als Buchungslimit erhalten. Ich mache Ihnen noch ein Geschenk, einmal 200 Euro. Verwendungszweck, das ist ein Willkommensgeschenk. Und jetzt brauche ich hier natürlich meinen Pin, den weiß ich natürlich auswendig. Das ist der Pin, den Sie sich auch von Ihrem Konto her merken müssen. Dann sagt das Konto zuerst, was ich jetzt eigentlich hier mache. Ich mache einen Transfer von meinem Konto auf das Konto hier des Begünstigten. Verwendungszweck, Willkommensgeschenk. Transaktionskurs, falls ich eine andere Währung angegeben hätte. Provisionen, die stehen dann nachher, wenn ich das Ganze jetzt abgeschlossen habe, die 2 Prozent. Also Transfer bestätigen. So, jetzt sehen Sie nochmals, was sich auf Ihrem Konto schon alles getan hat. Ihr Kontostand ist 200, das ist das Virtuelle. Ihre Depokontozahlung, die ich Ihnen geschickt habe, ist 100. Jetzt haben Sie 100 auf dem Konto. Sie haben jetzt also verfügbar 33.500 virtuell, plus natürlich die 100 im Cash-Konto. Und wenn Sie was bestellen, das 50 Cash und 100 virtuell kostet, dann können Sie das einkaufen. Gehen, werden! Bis zum nächsten Mal.